Hallo Nation, Hans-Joachim Watzke hat uns überrascht, aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Halt sind, zurück zum Thema, Borussia Dortmund steht kurz vor dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke appelliert an die Profis, geben Sie alles. Damit die Trophäe am kommenden Wochenende in Empfang genommen werden kann, mit einer 1-3-Niederlage der Bayern gegen RB Leipzig und einem 3-0-Sieg von Borussia Dortmund gegen Augsburg steht der BVB wieder an der Tabellenspitze der Bundesliga. Und das kurz vor der letzten Runde. Nun wollen die Westfalen es nicht mehr wegwerfen. So blieb Hans-Joachim Watzke nach dem Sieg in Augsburg in der Umkleidekabine stehen. Im Interview mit Sport1 sagte er, ich war in der Kabine und habe den Jungs gesagt, dass wir noch eine Woche durchhalten müssen. Unabhängig von den Schwierigkeiten. Auf dem Weg zur Umkleidekabine jubelte Nico Schlotterbeck, Männer, lasst uns das machen, am kommenden Samstag trifft Borussia Dortmund zu Hause auf Mainz. Zeitgleich spielen die Bayern gegen Köln. Die beiden Teams trennen nun zwei Punkte. Wir haben einen riesigen Schritt gemacht, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kiel im Interview mit Dazon. Die Euphorie wird riesig sein, wir werden sie auffangen und mitnehmen. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.